Guten Tag, mein Name ist Birgit Lipp. Ich bin auch Heilpraktikerin. Ich helfe Müttern dabei, ihre hinderlichen und überflüssigen Schwangerschaftskilos mit Motivation ganzheitlich und gesund zu verlieren, damit sie wieder zurück in ihr gutes Körper- und Selbstwertgefühl kommen, wieder ihre Lieblingskleidung anziehen können und sich wieder richtig wohlfühlen. Wir durchbrechen zusammen den Teufelskreis von dieser Unzufriedenheit, von Frust und Einschränkungen und von dem Weiteren zunehmen. Mit meiner Hilfe erreichen sie ihre Wohlfühlfigur oder Traumfigur schnell, mit Leichtigkeit und Freude, damit sie im folgenden Lebensabschnitt fit, frei und erfolgreich in allen Lebenslagen sind und ihre Weiblichkeit genießen können. Ich helfe auch Müttern, die durch die vielen Anforderungen des Alltags erschöpft sind, häufig krank sind, sich nicht mehr belastbar fühlen und unter einem schlechten Selbstwertgefühl leiden. Mit meiner Unterstützung erreichen sie wieder ihr Gleichgewicht und ihre Lebenskraft, um ihr Leben und ihre Weiblichkeit wieder in vollen Zügen genießen zu können, so wie es sein soll. Ich unterstütze Sportler, die unter Verletzungen oder Operationsnarben leiden, die sie daran hindern, ihren Lieblingssport so auszuüben, wie sie es wollen, die ungeduldig sind, weil ihr Körper länger zur Regeneration braucht, als sie vorsehen und sich unausgelastet fühlen, weil sie weniger oder keinen Sport mehr treiben können. Mit meiner Unterstützung erreichen sie schnell wieder ihre Kraft und Beweglichkeit, um ihren Lieblingssport wieder leben zu können. Zusammen lösen wir ihr ganz individuelles Problem, um daraus einen riesen Mehrwert zu stiften. Ich freue mich, Sie in meiner Praxis begrüßen zu dürfen.